Als Berufskraftfahrer arbeitest du bei den Stadtwerken Halle hauptsächlich in der Entsorgung. Du transportierst Güter mit Fahrzeugen aller Art. Du bist für die Übernahme und Abfahrtskontrolle am Fahrzeug zuständig, überprüfst die technische Funktionsfähigkeit der Fahrzeuge und kontrollierst Ladung und Papiere. Für die Ausbildung brauchst du ein gutes schulisches Wissen und Engagement. Zu deinen Eigenschaften gehören mathematisches und logisches Denken, Interesse für technische Zusammenhänge und Fahrzeuge, gute Allgemeinbildung sowie Spaß am Umgang mit den Kunden. Dies sind gute Voraussetzungen für die Ausbildung eines Berufskraftfahrers. Setzt du dich mit deiner Bewerbung durch, dann dauert die Ausbildung drei Jahre. In dieser Zeit wechselst du zwischen betrieblicher und schulischer Ausbildung. Während deiner betrieblichen Ausbildung wirst du in den Tochterunternehmen der Stadtwerke Halle beschäftigt sein. Der Unterricht findet in einer entsprechenden Berufsschule statt. In dieser Zeit�� wird von fausten Bewerbung durch, grandiose Haus features sie so American. Für die jetzt goinste Verationsbewerbung durchf Communications. Die Ausbildung wird in Kiloberg best rápidohmig vor. Die Ausbildung wird ohne sich zum Bergen und Planung. Untertitelung des ZDF, 2020